Stuttgart ist einer der Wirtschaftszentren in diesem Land. Deswegen müssen wir als Wirtschaftsberatungsunternehmen als Anwaltskanzlei definitiv auch in Stuttgart sein. Haben eine Weile gebraucht, suchen schon lange, wollten aber mit den richtigsten Leuten hier eröffnen, gerade auch mit dem Rechtsbereich, den wir bisher noch nicht hatten, Logistik. Insofern sind wir sehr froh, dass wir mit Herrn Schrievers das Thema Logistik jetzt äußerst kompetent besetzen können. Wir waren immer schon ein bisschen in der Überlegung, dass es eigentlich für uns gut zusammenpassen würde. Natürlich insbesondere Herr Harings mit dem Außenhandel und Zollrecht. Angefangen von beige gestrichenen Mercedes-Lkw, die nicht durch den US-Kanal dürfen, weil sie als Kriegswaffen auf einmal eingestuft werden, bis zu entsprechenden Zollfragen, die da anhängen. Und die konnte ich bisher eigentlich nicht abwickeln. Das kann ich jetzt problemlos und ich hoffe umgekehrt, dass ich einigen der Mandanten, die Graf von Westfalen bisher betreut, logistisch zur Seite stehen kann. Denn da fehlt bei Ihnen vielleicht bisher eine gewisse Expertise, die bin ich gerne bereit beinzustellen. Mein Name ist Axel Klaasen. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich habe mich ganz aufs Arbeitsrecht spezialisiert. Das gefällt mir so gut, weil man auch sehr viel immer mit Menschen zu tun hat und ich gerade auch durch meine Tätigkeit in den Unternehmen auch vor Ort viel mehr vom Leben mitkriege, als wenn ich einfach in Anführungszeichen nur an meinem Schreibtisch sitze. Wichtig ist für uns auch, neben Logistik starten wir mit Arbeitsrecht. Auch das braucht jeder Mittelständler, jeder unserer Mandanten und das brauche ich vielleicht auch dann tatsächlich vor Ort. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir auch die Kollegen Klaasen von Anfang an mit an Bord haben. Es ist eines der weltweiten Industriezentren. Es gibt wenige Gebiete auf der Welt, in denen ungeheuer hochwertige Industrie so sehr konzentriert ist wie in diesem Raum hier. Und deshalb ist also eine Anwaltskanzlei in Stuttgart ganz bestimmt nicht der verkehrte Platz. Eine absolut spannende Situation jetzt der Umbruch in der Automobilindustrie. Ich finde es faszinierend alles, was sich auch im Dunstgras Digitalisierung tut. Hier haben wir jetzt noch mal so eine Umbruchssituation. Ich finde das toll, das motiviert mich. Es ist eben nicht mehr so schwäbisch hier, dass der Name von Westfalen als Fremder angesehen würde, mit dem man nichts zu tun hat. Sondern der Name ist auch hier bekannt. Er ist auch einem schwäbischen Unternehmen bekannt und auch geschätzt. Also ist das Enträge sozusagen gewährleistet. Wir sind ganz sicher, dass wir noch kräftig wachsen hier an diesem Standort. Wir suchen letztlich in allen Bereichen. Es gibt ein paar Bereiche, die sind in Stuttgart besonders interessant. Digitalisierungsthemen, IT-Themen, aber auch technische Themen. Wir freuen uns auch über jeden, der anklopft. Was zu uns passt, schauen wir uns sehr gerne an.